Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Altcoin Video und zwar heute schauen wir uns Chainlink ein bisschen genauer an. Nachdem es da ja die letzten Wochen nicht mehr so gut gelaufen ist, schauen wir uns jetzt mal an, ob wir mögliche Nachkaufpunkte treffen möglicherweise und welche Level jetzt vor allem entscheiden werden. Bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen und damit würde ich sagen, starten wir durch. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 5,92 Dollar. Wir befinden uns in einem klaren Downtrend. Wir haben es hier oben leider nicht mehr drüber geschafft. Über diese 4 Stunden Supplyzone wurden hier bei ungefähr 7,70 Dollar zurückgewiesen und seitdem kennt Chainlink wirklich nur eine Richtung und zwar nach unten. Wir befinden uns jetzt aber hier in relativ großem Support zwischen 5,70 Dollar und 5,50 Dollar. Den können wir auch momentan halten. Wichtig war hier einfach, das habe ich auch in der Talk-Gruppe dazu gesagt, dass wir diese Ineffizienz hier drüben gefüllt haben. Und somit können wir die jetzt erst einmal rausmachen und jetzt befinden wir uns hier genau an dieser 4 Stunden Demandzone, die uns relativ viel Support gibt. Trotzdem sehen wir bisher keinen wirklichen Bounce. Wir befinden uns übergeordnet für alle, die Chainlink noch nicht so verfolgen, übergeordnet in einer riesigen Seitwärtsphase. Also da hat sich seit Monaten, um genauer zu sein, seit Mai 2022 nichts geändert. Die Seitwärtsphase hält an, für mich aber weiterhin eine deutliche Akkumulationsphase. Warum? Weil ich Chainlink sowieso ein bisschen mehr überzeugt bin als vielleicht viele andere und für mich einfach so ein Geheimtipp auch für den nächsten Bullrun ist. Deswegen werde ich auch hier weiterhin akkumulieren, auch sparplanmäßig auf jeden Fall, im Gegensatz zu anderen Altcoins. Trotzdem, für mich, Boden sieht noch nicht danach aus, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Also wir gucken jetzt mal auf die kleineren Timeframes. Wir sehen hier diese Seitwärtsphase, wir sehen einen höheren RSI, wir sehen überhaupt kein Volumen im Markt. Spricht auf jeden Fall nicht für Stärke. Trotzdem können wir uns einfach noch ein bisschen Volumen fischen, bis maximal hier oben, wieder in dem Bereich der 6,20 Dollar. Das wäre so ein kleiner Ankerpunkt, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir vielleicht hier nochmal hochkommen und dann aber deutlich die Reisen nach unten hin fortsetzen. Zumindest in dem Bereich der 5,50 Dollar. Und um ein größeres Bild mal zu bekommen, gucken wir gleich mal auf den Daily Timeframe und da sehen wir, okay, wir haben hier unten noch so eine kleine oder eine etwas größere Ineffizienz bei ungefähr 4,80 Dollar bis ungefähr knapp genau 5 Dollar. Und das ist für mich eher so das grobe Ziel für den Boden. Also für mich momentan, klar, ich akkumuliere, aber die Chance, dass wir hier einfach nochmal in Anführungszeichen einen kleinen Crash kriegen von 20 Prozent ist nicht ausgeschlossen. Wir haben uns gestern XRP angeguckt, wir haben uns Polkadot angeguckt. Bei allen Coins haben wir irgendwie noch um den Bereich zwischen 10 und 30 Prozent auf jeden Fall Downside-Potenzial. Und das haben wir eben hier auch bei Chainlink momentan oder zumindest ist immer noch offen. Und mir gefällt eben diese kleine Ineffizienz, diese kleine Void hier drüben, gefällt mir überhaupt nicht. Und das ist für mich eher so nochmal ein Ankerpunkt, wo einfach nochmal ein Haufen Stop-Losses ausgefischt werden, weil wenn wir jetzt auf das Volumen noch ein bisschen hier genauer schauen, seht ihr auch hier. Wir haben hier einerseits so einen kleinen Volumenberg, hier drüben so einen Volumenberg und dann auch hier nochmal so einen deutlichen Volumenvorschuss. Klar, das ist Short-Volumen, aber trotzdem, es geht hier um diese ganze Bewegung. Das heißt, das zeichnen wir uns jetzt mal ganz kurz ein, dieses Level hier unten bei 5,31 Dollar, da liegen eine Menge Stop-Losses. Da waren wir jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr und es ist für mich so ein kleiner Katalysator, dass sobald wir hier nochmal diesen Downtrend antesten sollten und dann sobald wir hier die 5,31 Dollar testen und da durchfallen, geht es deutlich, deutlich schneller. Bis maximal 4,75 Dollar und dass wir uns dann hier unten ein bisschen stabilisieren in dieser Range und dann versuchen hier wirklich endgültig mal auszubrechen. Ist jetzt vielleicht nicht die Vorhersage, die sich man sich gewünscht haben, aber man muss hier ganz klar ehrlich sagen, für mich Chainlink noch nicht ganz am Boden, auch wenn ich da die letzten Monate immer ein bisschen bullischer geredet habe. Aber es ist für mich einfach noch kein Bodenwert. Wir haben einfach noch zu viel Liquidität, die hier unten liegt bei diesen 5,28 Dollar und eben dieses Void, was mich sehr, sehr verunsichert. Und solange wir dieses nicht gefüllt haben, ist einfach die Chance, dass wir nochmal unter dem Bereich der 5 Dollar fallen. Die Range ist weiterhin gleich, deswegen habe ich die auch etwas größer gezeichnet, inklusive diesem Void, damit man hier nicht überrascht ist. Die Range ist natürlich auch ziemlich groß, wir haben hier von oben bis, also von unten nach oben haben wir hier über 100% eine Range, also 1x. Wer das richtig genutzt hat, hätte immer einfach kaufen und verkaufen können. Aber für mich noch keine richtige Bodenbildung, da müssen wir noch ein bisschen von absehen. Es lohnt sich jetzt auch hier nicht ein FIP-Level oder sonstiges zu ziehen. Wir sind hier weiterhin in einem Downtrend, das muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Man sieht hier die blaue Linie auf dem Lockchart, das war der Abtrendzeit, dann sind wir seitwärts. Und daran hat sich wenig geändert. Und es würde jetzt auch wieder, wer jetzt Wyckoff-Fan ist, und da kenne ich ja einige da draußen, wieder darauf zu passen. Und genauso natürlich auch bei Bitcoin, dass wir einfach diese kleine Spring-Phase hier unten kriegen. Auch bei Chainlink, dann aber mit deutlich, deutlich weniger Volumen. Und dann eben versuchen, hier ins neue Jahr oder Anfang des neuen Jahres deutlich, deutlich bullischer reinzustarten. Vielleicht noch das erste Quartal ein bisschen seitwärts. Und dann aber, nicht to the moon, aber deutliche, deutliche Erholung. Aber das ist so dieser Punkt, den müssen wir auf jeden Fall noch treffen, meines Erachtens nach, bevor wir hier von einem Boden sprechen können. Die Seitwärtsfaser ist schön, schöne Akkumulation, Volumen, ist mir aber trotzdem ein bisschen zu hoch, einfach was hier unten diese Wycks bedeutet. Kurzfristig, wie gesagt, ist nochmal so ein kleiner Pump möglich, oder wenn man dazu Pump sagen kann, bis ungefähr 6,20 Dollar. Dann sollte aber meines Erachtens Schluss sein, weil dann einfach der Downtrend kommt. Wir haben hier noch so eine kleine Supply-Zone, die hier auch noch dazu kommt. Sollte die brechen und wir fallen nach unten. Nächster Support 5,54 Dollar und danach geht es sehr wahrscheinlich Richtung 4,75 Dollar bis 5 US-Dollar. Gut, das war es von meiner Seite. Lasst dem Video auch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne in die Telegram-Gruppe joinen. Und wenn ihr irgendwelche Altcoin-Wünsche habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben, dann wird es dazu ein Video geben. Das war es von mir, schöne Weihnachten, bis dahin, ciao, ciao und stay crypto.